Wo war das denn? Da! Okay, das ist ein Punkt und das sind diese ganz vielen Dreiecke. Brauchst du einen Hinten? Nee, momentan noch nicht. Ich will jetzt erst mal... Das ist die Frage, wo soll ich das was... Moment, was ist das Ding hier? Kann das noch irgendwas? Ist das noch... Hm... 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 Ich glaube nicht, dass das hier mit irgendwas zu tun hat. Die Frage ist, was stelle ich damit an? Ah, hier ist noch eins. Ah, Moment. Ich muss mir das jetzt auch aufmalen, obwohl ich glaube ich schon direkt vor dem Eingabegerät stehe. Aber es muss ja vollständig sein, der Zettel, den ich dann nachher wegschmeiße. So, das ist drei. So, ich glaube ich muss das einfach nur anditschen. Nee. So, dann kann man die Kurbel, dann ist jetzt eigentlich der Rest bestimmt scheißegal. Nee, halt doch mal die Fresse hier. Ich will eigentlich zur Kurbel, aber ich darf anscheinend nicht. Oder doch, darf ich? Okay, da kann ich nichts mehr anfangen. Ah! 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 Das dahin, das ist zwei. Das dahin, und das dahin. Ah! Ist das ein Herz? Ah, jetzt kommt das... Ist das schon das Ende? Das ist ein sehr schönes Geräusch. Ach so. 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 Ach so, bitte jetzt nicht wieder so rumzappeln, ne? Ah... Ah, die... Ich kann die Kamera gar nicht so weit drehen, wie ich es brauche. Oder muss ich... Kann ja natürlich auch sein, dass ich... Ah... Ah! Ah! Ich dachte, ich müsste das drehen, um dann... Äh... Ich dachte, ich hätte das so drehen müssen, um zu gucken, was ich einstellen muss. Aber ich musste einstellen, um das komische Symbol da wieder zu gehen. Okay, ich bin abgeschlossen. Du hast ein Glückwunsch, du hast The Room 2 abgeschlossen. Du hast die zahlreichen Hysterien dieses unvergleichlichen Raums erfüllt und geschafft, woran schon viele gescheitert sind. Du bist aus dem Labor aus dem verfluchten Haus, in dem alles einst begann entkommen. Nach unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass die mir zur Verfügung stehende Nullprobe keinesfalls die einzige sein kann, die existiert. Vermutlich gibt es eine Vielzahl irgendwie in Verbindung stehenden Proben, die diese eigenartigen Ergebnisse auf irgendeine Art und Weise steuern. Von Professor de Montfaucon, 19. November 1903. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank, dass du The Room 2 gekauft und gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Als kleiner, independent Spielentwickler glauben wir fest an die Macht der Mundpropaganda und den guten Willen aller, die unsere Spiele spielen. Also lass uns bitte wissen, wie dir The Room 2 gefallen hat, indem du es weiter empfiehlst oder auf unserer Steam-Seite eine Kritik verfasst. Verfasst. Wir wissen deine Unterstützung und dein Feedback wirklich zu schätzen und durch deinen Kauf und deine Weiterempfehlung von The Room 2 trägst du dazu bei, die Entwicklung von independent Spielen weiterhin zu ermöglichen. Fireproof Games. Ich weiß nicht, das war, also das letzte Level war irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das letzte Level hat mir nicht so wirklich gefallen. Nicht nur, weil ich so oft auf dem Schlauch stande. Ähm... Also, nicht weil ich so oft auf dem Schlauch stande, weil... Sondern das hat irgendwie... mir nicht so richtig Sinn gemacht so. Ich fand den ersten Teil auch besser. Weiß auch nicht. Aber ich fand das ganz cool, weil in der letzten Sequenz... Ähm... In der Sequenz am Ende hat man, glaube ich, gesehen, als er rausgelaufen ist, ist er an dem Kasten vom ersten Teil vorbeigelaufen. An dem ersten runden Teil, womit wir angefangen haben. Kann das sein? Ich mein schon. Ich mein, das wär dieser Kasten gewesen, aus dem ersten Teil. Fand ich, fand ich schön. Äh, die ersten paar Chapters in The Room 2 waren besser und The Room 1 war irgendwie spaciger. War angenehmer, weil es eigentlich nur ein Raum war und nicht mehrere Räume. Ja... Ich fand auch... Dieses... Gruselige war im zweiten Teil viel mehr vertreten als im... Ersten Teil. Und im ersten Teil war das halt so, du hattest deinen Kasten... Also dein komisches Gerät da. Und dann warst du eigentlich nur damit beschäftigt. Im zweiten Teil hat man ziemlich auch viel im Raum selbst gemacht. Denke ich, glaube ich. Ja, also mir hat persönlich der erste Teil auch besser gefallen. Aber ich bin schon ganz doll auf den dritten Teil gespannt. Ähm... Stress dich jetzt auch nicht, Sint, wegen dem dritten Teil. Äh... Weil ich glaube im... Mehr... Ne, im Februar haben wir ja jetzt. Also im Februar werde ich auf jeden Fall nicht mehr streamen. Glaube ich. Wenn dann eher Anfang März oder sowas. Ähm... Ja... Ich muss auch mal in Anführungszeichen abmoderieren. Ähm... Ja... Ich hoffe... Euch hat dieses Let's Play zu The Room 2... Äh... Gefallen. The Room 3 wird auf jeden Fall folgen. Ähm... Ja... Sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Live-Let's Play. Tschüss! Tschüss! Tschüss!